Moin sie ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Es ist Dienstag und eigentlich hatte ich heute vor ein Full Day of Eating aufzunehmen, aber das Frühstück habe ich offensichtlich nicht gefilmt. Ist egal, deswegen heute mein Mittagessen. Feier ich auf jeden Fall. Das sagenumwobene Cheat Meal von Daniel Total in seiner Diät, was es ihm ermöglicht. Einfach unfassbar toll Fortschritte in seiner Diät zu machen. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal festhalten, was überhaupt Fortschritte in der Diät heißt. Das heißt, wir sehen hier einmal das Startgewicht in der ersten Woche der Diät, beziehungsweise sogar ein paar Tage vorher. Ich habe ja am 1.12. gestartet, was ein Donnerstag war, aber ich habe einfach schon am Montag in der Woche begonnen, das Gewicht zu messen und mich zu wiegen, damit ich eben kontinuierlich Woche für Woche vergleichen kann. Dann sah es in der zweiten Woche so aus, nämlich von 95, was hatten wir eben, 6,9 zu 93,64 in der zweiten Woche, beziehungsweise, also wir bleiben jetzt einfach mal bei Definition zweite Woche. Das heißt, wir haben hier schon einen großen Drop von zwei Kilo gehabt. Das ist ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, am Anfang immer so. Ja, weil das ganze Wasser, was eingelagert ist, erstmal rausgeht und so weiter und so fort. So, dritte Woche war dann im Prinzip eine leichte Veränderung nochmal auf knapp 93, also nochmal so round about 600 Gramm. Dann in der Woche, wo die Feiertage anfingen, also 24. und 25. da, wo ich schon in Anführungszeichen nicht mehr so wirklich getrackt habe, ging es im Schnitt trotzdem noch ein kleines bisschen runter. Und jetzt, passt mal auf, dann in der Woche nach den Feiertagen, ich habe zwar zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich wieder getrackt, aber Silvester und Neujahr dann eben nicht mehr. Und dazwischen lag auch halt, ihr seht, einen Tag habe ich sogar vergessen, nämlich zu wiegen. Das war der Tag nach der Weihnachtsfeier mit den Jungs, wo ich ja auch entsprechend unterwegs war, viel getrunken habe, schlecht gegessen habe und am nächsten Tag auch noch schlecht gegessen habe. Das heißt, wir sind von 92,6 auf knapp 94 in der Woche. Ja, aber was ihr dann auch sofort wieder seht, letzte Woche dann ist es direkt wieder richtig krass runtergegangen, ja. Das heißt, wir sind jetzt so im Schnitt bei 92 und auch diese Woche blende ich hier jetzt auch nochmal ein mit 91,9, ja, relativ im Schnitt. Das heißt, wir sind jetzt in der siebten Diätwoche. Leute, es ist schon wieder passiert. Wer hätte es gedacht, es ist schon wieder ein neuer Tag. Ich habe schon wieder nicht alles gefilmt an dem Tag, wo ich mit dem Video begonnen habe. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Montag oder Dienstag war. Auf jeden Fall, heute ist Donnerstag. So. Und ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt alles schon in dem Video erzählt habe, außer dass ich eben das Diät-Update durchgegeben habe mit den Gewichtsständen, ja. Das weiß ich noch. Aber es soll heute ja auch um mein Go-To-Meal gehen in der Diät, ja. Ich esse weitgehend das Gleiche morgens, mittags und abends. Aber was wirklich immer gleich ist, ist mein Mittagessen, ja. Und ich dachte mir, da mich unzählige Millionen von Fragen auf Instagram erreicht haben. Daniel, was ist das Rezept? Was ist das Geheimnis für dieses wertvolle Mahl? Nehme ich euch jetzt mit. So, während die Pfanne noch heiß wird. Also, ich habe ja schon im letzten Video gesagt, ja. Geheimzutat 1. Gutes Bio-Rinderhack. Nicht zwingend Bio, aber gutes Rinderhacken. Und damit meine ich nicht das von Rewe von der Theke, sondern von eurem Metzger des Vertrauens, ja. Am besten von regionalen Tieren und so weiter und so fort. Nicht am besten, aber für mich ist es so die beste Variante. Für mich schmeckt es am besten. Ich habe mir hier ein, zwei Anlaufstellen gesucht, die passen für mich. So. Dann habe ich entweder Karotte, wie ihr gerade gesehen habt, oder Paprika. Ist für mich irgendwie, sind für mich die coolsten Gemüsesorten, die ich mir da mittags so reinknall. Und dann kommt es natürlich auf die Gewürze an. Ja. Also, ganz klassisch Salz natürlich. Macht da nicht so ein Hackbag mit. Ja, ich nehme nur Himalaya-Salz. Es ist Salz, okay. Übertreibt nicht. So. Schwarzer Pfeffer. Basilikum. Hier nur von Rewe. Normalerweise achte ich drauf, dass ich irgendwie so eine bekanntere Marke hole, weil ich bilde mir ein, dass das besser schmeckt. Wahrscheinlich ist es Quatsch, aber ich bilde es mir ein. So. Also, Basilikum ist für die Möhren. Paprika, rosenscharf, ja. Gerne in rauen Mengen für das Hack. Und Majoran. Majoran war irgendwann mal so ein, ich hatte mal so ein Fertighack gemürzt und da stand Majoran und Thymian dran. Und da habe ich beide mal ausprobiert. Und Thymian finde ich auch nice. Aber Majoran ist für mich wirklich der Shit. Also Paprika und Majoran. Die Kollegen, braucht ihr für euer Hack. So, ihr habt das gesehen. Ich mache erst das Hack rein, zerdrück das, zerbrösele das so ein bisschen. Das war jetzt quasi, das ist immer so ein 500 Gramm Paket und ich teile mir das immer für zwei Tage auf. Ja, ich habe das eingefroren, dann taue ich es auf und am nächsten Tag esse ich die zweite Portion davon. Deswegen war das vielleicht schon ein bisschen oxidiert. Ja, ist nichts Schlimmes. So, dann haue ich das da rein, dann haue ich die Möhren dazu. Relativ hohe Hitze, damit das direkt auch ein paar Geschmacks-Röstaromen kriegt. Salz, Pfeffer, Gewürze habt ihr gesehen. Und dann mache ich den Deckel drauf und nehme es relativ schnell von der Hitze. Also es ist jetzt schon von der Platte runter. Ja, damit das schön saftig bleibt und nicht austrocknet. Und auch den Reis, ich habe jetzt hier diesen mediterranen Express-Reis. Normalerweise koche ich mir eigentlich immer Beutelreis vor. Habe ich irgendwie diese Woche keinen Bock drauf gehabt. Deswegen Express-Reis. Nehme ich mal den mediterranen, mal den normalen Langkornreis, den ich sogar ein bisschen leckerer finde tatsächlich. Weil der halt einfach ein bisschen neutraler schmeckt und dann die Gewürze geiler durchkommen. Ja, also am geilsten ist es wirklich mit neutralem Reis, nicht mit vorgewürztem Reis. Aber geht natürlich auch. Aber den Reis nicht zu früh da reinpacken. Sonst wird der Saft aufgesogen vom Reis und dann wird das trocken. Ja Freunde, und das ist es am Ende des Tages auch schon. So, wir gucken jetzt nochmal schnell hier auf die Kalorien. Und zwar haben wir hier 858 Kalorien. Ja, ich benutze ja kein extra Fett für das Hack. Da das ja ganz normales Hack ist und kein Tartar, brauche ich da auch kein Fett für. Und somit kommen wir eben auf 858. So, das verteilt sich wie folgt. 79 Carbs, 35 Fette, 55 Gramm Eiweiß. Ist für mich eigentlich ein sauberes Ding. Ich lieb's einfach. Warum bezeichne ich das jetzt als Geheimnis und als Cheatcode? Das Ding ist halt, es schmeckt einfach geil. Ja, und in der Diät, wo man sich eh schon limitiert, finde ich es halt auch nice, wenn eine Mahlzeit am Tag, wenn man sich richtig drauf freut. Und wenn ich das zum Beispiel mit Hähnchen machen würde, das wäre einfach trocken. Ich habe keinen Bock mit der Soßen rüber zu knallen und so weiter. Und ich habe das irgendwann mal für mich entdeckt. So im Rahmen von Vertical Diet, ja. Wo ja im Prinzip wirklich gesagt wird, hey, den ganzen Tag lang gehacktes vom, ich glaube Rinderfilet ist das Ursprungskonzept oder von der Hüfte oder irgendwie so. Reis und Karotten. Ja, jeden Tag mehr oder weniger so. Die Theorien hinter Vertical Diet und so weiter könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ich glaube, wie gesagt, Stan Efferding ist der Mensch, der das mal irgendwie so ein bisschen propagiert hat. Ich weiß nicht, ob er es auch entworfen hat, ja, bekannt gemacht hat. I don't know. Aber dadurch bin ich da irgendwann mal drauf gestoßen. Und mittlerweile esse ich das nicht nur in der Diät. Ich esse das eigentlich immer mittags. Für mich ist es einfach ein richtig geiles Go-To-Meal. Ich finde Mittag oder allgemein Essen muss auch nicht immer super fancy sein. Ich gehe gerne fancy und gut essen. Aber ich finde, wenn es so um Standardsachen geht, dann kann es auch was ganz, ganz Einfaches sein. Und für mich ist das einfach top. Ich vertrage das Hack super. Reis ist geil. Ich mag die Möhren einfach, ja, gerade wenn die frisch vom Markt sind und so. Und nicht zu lange drin sind, dann haben die noch einen gewissen Biss, sind aber trotzdem schon so ein bisschen süßlich und so. Ich finde es einfach mega, mega nice. Ich kann es euch nur empfehlen, das nachzumachen. Und witzigerweise, ohne Witz, keine Ahnung, 900 Follower auf Instagram, ja, ist ein Joke. Aber mich haben mittlerweile wirklich so, keine Ahnung, schon 5, 6, 7 Leute gefragt. Es werden noch tatsächlich immer mehr, je öfter ich das poste, was ich da mache, wie ich das da reinmache, welche Gewürze, wie ich es zubereite. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video drüber. Ihr wisst, ich habe vieler Bock auf Videos. Das hat gepasst. Und deswegen lasse ich mir das jetzt hier schmecken. Diät läuft und ich sage besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace. Auch schnell hier Foto für Instagram machen. Das seht ihr jetzt in der Story. Also ne, habt ihr vor ein paar Tagen in der Story gesehen. Zeit Inception.